Oh, wie ist es? Zeig mal zusammen, alle meine Lieben. Eins, zwei, drei, halb. Zeigst du nichts? Eins, zwei, halb. Eins, zwei, drei. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, diesmal in meiner Cucina. Wir sitzen mit meinen Assistentinnen. Ich habe einmal die kleine Luisa, einmal die kleine Lara. Oder kleiner Papa. So, wir sind jetzt in der Küche, weil wir heute gemeinsam eine Torte backen. Einen Muttertag. Genau, wenn morgen Muttertag ist. Siehst du, wie es dunkel ist? Ja, aber ist egal, wir haben genug Küchentage. Also, ich bin gespannt, was es da rauskommt. Den Kuchen haben wir bis jetzt noch nie gebacken. Ich habe mir ein ganz einfaches Rezept ausgesucht, denn mit den Mädels ist sicher nicht einfach. Ja, vielleicht schon. Eine Auer? Nein, ich habe keine Auer. Aber ich habe da eine Auer. Das ist auch eine Auer. Für diese Auerzeit. Ich brauche auch eine Auer. Du hast nur eine Auer. Und wo hast du eine Auer? Nicht so, nur da. Zwei Stunden später. Was sagst du jetzt? Soll ich jetzt anfangen? Ja, ich brauche erst Eier. Nee, warte mal. Ich musste jetzt das Handy rausnehmen. Also, wir brauchen zuerst... Eier? Warte, Eier werden wir brauchen, aber nicht jetzt. Wir brauchen jetzt... Eier. Nicht. Wir brauchen Butter. Wir brauchen jetzt... Eier. 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 Zuccolare? Nein, warte, ich muss es lesen. Die Zutaten für den Kuchen, die wir backen werden, sind zwei Kartons Duplo. Etwas Backkakao. Schokolade. Ein wenig Zucker. Salz. Salz. Genau. Dann haben wir Milch. Butter. Drei Eier. Luisa, was ist das? Zucker. Mehl. Dann haben wir eine Packung Backpulver. Eine Packung Vanillezucker. Blumen. Papierblumen. Was? Na, Papier nicht, oder? Na, Esspapier, Entschuldigung. Dann haben wir noch eine Backform. Und das sind auch diese. Spray. Genau. Butter. Drei. Ein Mixer. Und zwei schöne Assistenten. Spray. 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 Zuccolarene. Milch. Das ist ein Zucker. Das ist ein Butter. Das ist ein Heier. Das ist ein Blumen. Das ist ein Blumen. Das ist ein Blumen. Das ist ein Blumen. Nicht. Also, genug geredet. Jetzt müssen wir dann auch ein bisschen arbeiten, gell? Kann ich die Butter rein? Jemand muss die Butter rein geben. Ich. Ich mag. Jetzt gibt die Luisa den Zucker rein. Sehr gut. Dankeschön. Butter, Zucker, Vanillezucker. Ich mag. Ich mag. Ich mag. Ja, ja, ja. Das mag die Luisa. Ich mag schon einmal. Du hast Butter, sehr Zucker. Jetzt gibt es die Vanillezucker rein. Warum? Na ja, weil sie jetzt dran ist. Und jetzt darfst du Salz rein geben. Gemeinsam. Vanillezucker und Salz in einer großen Schüssel schaumig schlagen. So. Das werde ich machen, denn das ist für euch ein wenig gefährlich. Na, das mache ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Butter... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Na, ich mache das und ihr dürft schaumen. Boah, ey! Oh, wow! Oh, mein Gott! Finger bitte nicht rein geben, ja? Mhm. Wie soll ich dann bitte das schaumig schlagen? Oh! Papa! Wie kriegen wir das raus jetzt? So cool. Oh! Wie ist die Nase gekommen? Ja, dann wird sie mit Pummi aus. Für ihn? Nein, Popcorn. Popcorn? Ja. Na ja, Popcorn! Oh! Entschuldigung! Was liegt das denn? Oh! Das brauchen wir für den Kuchen, wenn du alles isst! Oh! Papa! Unser ganzer Haus! Entschuldigung! Der ganze Kuchen ist zu machen! Entschuldigung! Hab ich auch in die Haare? Nein. Ein Ei! Wer gibt ein Ei drinnen? Ich! Ich mache! Jetzt mach die Lara! Gib dein Ei drinnen! Oh! 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 Se masculina! Ja! Dann werde ich pred konsequent sein! Orange in der Butter! Yeah! So jetzt gib die Luise ein Ei drinnen! Ja, Eis-Ei. Eis-Eis? Super, ja, passt schon. Jawoll, schau, da gibt es der Papa. Du schmierst mich voll mit Ei hier. Mein Gott. Nicht essen, das ist Ei. Haha, so ein gutes Tuch. Jetzt haben wir die Beine. Jetzt haben wir die Beine. Noch ein Ei, bitte. Hast du gedacht, dass er nicht Küken ist? Das ist sogar ein cooler. Küken ist tot. Der ist ein Ei, das Küken. Achtung. Eins, zwei, drei. Habt ihr Angst, ja? Nein. Also. Das sieht aber gut aus. Wuh, wuh, wuh. Banana. 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 Achtung. Ohhhh. Was war schuld? Lana war schuld. Ich will es aber anmachen. Nelkel. Warte, oh, der Brille ist ziemlich schwer, Lana. Kannst du für mich lesen? Ja, die will er nicht. Lass du für die Tiere. Ich weiß sie. Ich brauche Mehl. Ah, Milch. In einer weiteren Schüssel Mehl, Backpulver und Kakao vermischen. Nächster Schritt ist, das lassen wir kurz auf der Seite. Ich brauche mal zuerst Mehl. Ich will ihn rein gehen. Die Lara gibt, die Lisa gibt den Mehl und du gibst den Kakao rein. Aber zuerst Mehl. Jaaa. Kakao machst. Jetzt haben wir noch Backpulver. Das macht die Lara, Luisa. Ich bin Luisa, das ist Lana. Das gehört in die Schüssel rein. Verlieren. Verlieren. Und ist Backpulver? Nein, oder? Ist das Backpulver, oder? Ist Backpulver, Luisa? Schwer, gell? Hast du schon geschwitzt? Nein. Noch nicht? Nein. Du? Hast du schon geschwitzt? Das macht Spaß eigentlich. Hey! Das macht Spaß zu schütten. Ja, das merke ich gerade. Aber das brauchen wir noch für den Kuchen. Das kann man nicht essen. Darf ich kurz? Du hast das gut gemacht. So. Sehr gut. Mami, ich mache das. Warte, warte. Zunge raus. Schokolade bleibt drinnen. Jetzt müssen wir diese Masse mit dieser Masse kombinieren. Und zwar langsam. Wer gibt mir ein bisschen Kakao rein? Ich mache. Super. Jetzt noch eine. Super, Moment. Jetzt kommt der Start rein. Mit der Bormaschine sind wir jetzt fertig, ja? Du musst es mal leer machen. What? So. Ich will es mal. Wer macht das? Ich will es. Das nicht. Alles? Nein. Aber ich will nicht nur auf einem... Schau, das muss man so machen. Das ist Öl. Äh, ich mach einen jetzt. Ja, ich stehe. Darf ich das bitte machen? Ja. Warte kurz. Schokolade. Komm, geh runter. Vielleicht kann ich es sehen. Ich auch nicht. Oh, das ist alles ecklich zu sehen. Mit einer Hand. Brauchst du auch einen Fuß? Ja, ich mag, ich mag. Ja, ich habe Füße. Papa, ich mag. Das geht hinein. Darf der Papa auch? Ich achte. Wenn wir eine Blume essen. Die essen schon die Zutaten, bevor wir den Kuchen machen? Mit dir? Ja. Wenn man da fangt. Aber morgen ist Muttertag und nicht Ladestag. Ja, es ist Ladestag. Morgen ist Ladestag? Ja. Und ich kann alles essen, was ich will. Du kannst ihm alles essen, was du willst. Mein Gott, was wir da gemacht haben. Ich hoffe, dass daraus irgendetwas wird, oder? Das glaubst du, Lara? Das ist ein... Das schaut aus wie... Kaka. Aber so viel? So viele Kaka. Das sind halt zu viel. Ich habe es auch mal im Fernsehen gesehen. Sie machen immer so. Ich hoffe, es auch noch. Luisa, auch? So muss man als Bäcker machen. Guckst du so? Sonst ist der Kuchen nicht gut. Okay. Fertig? So, jetzt geben wir das im Backofen für circa 30 Minuten. Eins. Beim 175 Grad vorgeheizten Backofen. Okay? Das ist mein Händewaschen. Okay, gehst du Händewaschen und dann komme ich wieder zurück. Schmutz, gehst du Händewaschen? Ja. Leg die in meinen Kopf. Ich komme auch nach. Wie ihr seht, ist unser Kuchen jetzt fertig. Schaut so aus. Keine Sorgen, er ist zwar braun, aber nicht verbrannt. Zauern Schokolade. Genau, das werden wir auch dann ein bisschen schmelzen. Zauern Kuchen backen. Ja, das ist für Kuchen backen. So, zuerst schneiden wir von da oben ein Stück. Oh, wenn man zu essen kann? Nein, das werden wir brauchen. Das geben wir hier rein. Warum? Ja, dann brauchen wir es. Ach, hallo Hela. Nicht schlecht. Okay. So, jetzt kommt das Ganze hier. Oh, so kommt es so falsch. Passt doch doch. Ja, dann passt es schon. Das passt schon so, ja. So, den werden wir jetzt zerbröseln. Kannst du zerbröseln? Okay. Genau. So, kannst du das aufmachen und hier ausschüttern? So. Brauchst du ja alles? Wahrscheinlich. So, ich wollte auch welche essen. Papa, ich probiere mal. Okay, aber nicht alles essen. Den werden wir dann wieder brauchen. Ein kleines Stück. Ja, also ich werde jetzt die Schokolade in das Mikro wieder reingeben, um sie zu schmelzen. Und, ja, danach werden wir den ganzen Kuchen hier mit Schokolade beschmieren. Kannst du so viel essen? Schmieren. Ich habe, es schmeckt lecker. Ja, das freut mich. Der Schokolade ist schon richtig gut geschmolzen. Ja, das Papier brauche ich nicht da. Ja, das Papier brauche ich nicht da. Ja, das Papier brauche ich nicht da. Kannst du nicht so parat essen. Na gut, meine Lieben, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es dir hat euch gefallen. Den Kuchen natürlich auch. Und natürlich bis nächstes Mal. Tschüss. Sag es ja tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017